Ja, das ist doch schon fast... Ja! 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 Noch ein bisschen! Geil! Oh Gott, ich stehe dabei! Was passiert? Yeah! Da weißt du sie mit den Armen nicht wohin, oder? Guck mal! Supertoll! Respekt! Supertoll! Supertoll! Die Klappe geht und so, du kannst nicht so schlimm sein! Geil! Oh, 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 oh! Hey, pass auf hier! Geil! Siehst du, jetzt haben wir ihn noch in den Falle geduchten, Robert! Jetzt muss ich uns das Geld wieder geben! Dann steigen wir wieder in einen See! Wenn du in den See und haben wir die, dann lassen wir es aber jetzt nicht! Hey! Wuhuuu! Ach, du warst, du geht es denn? Ach, du bist ja! Ach, du bist ja! Hey! 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 Wow! Aufsch, du bist du in der Falle! Und die Frisur auch eins an. Und die Ohrringe auch. Und die Ohrringe, die habe ich voll drauf.